Dr. Jens Hoffmann ist Diplom-Psychologe und er leitet einen Verbund von Kriminalpsychologen. Guten Abend, Herr Dr. Hoffmann. Guten Abend. Wir hören ja jetzt sehr viel in letzter Zeit über die Abgründe der menschlichen Psyche. Wie oft kommt es denn vor, dass jemand, der Selbstmordgedanken hat, weil er mit sich selbst nicht klarkommt, dann auch noch andere Menschen mit ins Verderben reißen möchte? Also es passiert ganz selten, dass jemand, der Suizidgedanken hat, noch andere mitreißt. Was wir sehen ist, dass diejenigen, die Suizid begehen, andere Menschen töten, die haben Rachegedanken, Rachefantasien oder andere Ideen, weshalb sie das machen. Das heißt, jemand, der suizidal ist, ist nicht gefährlicher für andere Menschen automatisch. Das heißt, er ist nicht gefährlicher automatisch, aber es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, wir wollen ein Fanal setzen. Ja, es ist manchmal so, dass manche Menschen sagen, ich bin unzufrieden mit der Welt, ich werde ungerecht behandelt. Und wenn noch ein Gefühl von Ausweglosigkeit dazukommt wie Suizidalität, dann kann es sein, die ganze Welt soll sehen, soll merken, was mir für Unrecht angetan wurde und dass sie praktisch einen großen Abgang aus dieser Welt vornehmen möchten. Auch wenn sie den selbst dann gar nicht mehr erleben? Ja, die denken sozusagen über ihren Tod hinaus. Sie haben die Fantasie gewissermaßen, wie sie berühmt werden, wie andere Angst haben, wie andere sagen manchmal, Mensch, hätten wir doch vorher da ein bisschen besser aufgepasst und uns mehr um ihn gekümmert. Das sind so die Fantasien, die da sind. Das ist ja eigentlich ein ganz furchtbares, ein teuflisches Gemisch. Oder kann man das erkennen als jemand, der diesen Menschen sehr nahe steht, Familienmitglieder, bekannte Kollegen? Ganz schwer. Manchmal ist es so, dass so nahestehende Leute ein komisches Bauchgefühl haben. Und manche Täter im Vorfeld machen auch Andeutungen, sagen zum Beispiel, eines Tages wird ihr sehen, was ihr davon habt. Oder mein Vorgesetzter, der Chef, der wird das auch nicht überleben. Also manchmal gibt es solche Andeutungen, aber das Umfeld nimmt es oft nicht ernst, was ich gar nicht vorstellen kann. Weil solche Täter sind ja keine Monster im Alltag, sondern ganz normale Menschen mit einigen schrägen Ecken, manchmal nur. Können Ärzte das eher erkennen? Also sehr schwierig, also in so einem kurzen Gespräch so etwas herauszubekommen. Also man braucht dann in der Regel schon ein paar Hintergrundinformationen, ein paar Andeutungen. Also ich glaube, es wäre eine Illusion zu glauben, ich checke jemanden kurz und dann kriege ich es gleich heraus. Menschen, die so etwas vorhaben, die selbst mit sich nicht im Reinen sind und die auch zusätzlich ein Fanal setzen möchten. Ist das ein spontaner Entschluss oder ist das ganz lange geplant? Muss das auch lange geplant sein? Die absolute Mehrzahl dieser Taten ist geplant über Tage, Woche, Monate, manchmal sogar Jahre. Und was ganz typisch ist, dass diese Täter, wenn sie die Tat ausführen, ganz ruhig und ganz kühl sind auch. Das ist eine sogenannte Form der Aggression, der Jagdmodus der Aggression heißt, die Gefühle werden ausgeschaltet. Der Fokus ist total da auf die Tat und das ist ein Hinweis auf eine Planung und Vorbereitung des Mannes. Das heißt, wir haben ja jetzt, wenn man den französischen Ermittlern glaubt, auch im vorliegenden Fall einen Co-Piloten, der das Ganze ganz offenbar sehr kaltblütig bis zum Ende durchgezogen hat und sogar acht, neun, zehn Minuten in diesem Sinkflug war, ohne irgendwie zu reagieren. Das würde aus Ihrer Sicht passen? Genau, das Gefühl wird dann ausgeschaltet in diesem Modus der kalten Aggression und ich bin ganz fokussiert, das hat evolutionär den Sinn für unsere Vorfahren, Beutejagd. Wenn ich da Gefühle hätte, dann könnte ich solche Angriffe auch nicht durchführen. Und man kann so eine Person dann auch nicht mehr erreichen, von außen, also dass man sagt, hör auf, was machst du da? Extrem schwer, weil dann ist der Entschluss eigentlich schon lange gefasst und dann sind sie komplett darauf fokussiert und sie haben eben auch keine Gefühle, kein Mitgefühl mehr auch. Jetzt gibt es ja aktuell eine Diskussion in den deutschen Medien, soll, muss man vielleicht sogar den vollen Namen des Co-Piloten nennen, sein Foto komplett erkennbar zeigen, ja oder nein? Ich glaube, es ist unstrittig, dass über so einen Vorfall berichtet werden muss, das ist ganz klar auch über die Person. Aber wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Wie viel müssen Medien, sollten Medien da zeigen? Ich bin sehr froh, dass Sie es ansprechen. Das Schlimme ist, wenn jemand durch eine solche Gewalttat berühmt wird und zwar, indem man sein Gesicht sieht und seinen vollen Namen liest. Das motiviert manche Täter, die dann die Fantasie haben, ich werde Geschichte schreiben, jeder kennt mich, jeder kennt meinen Namen und kennt mein Gesicht. Und wenn man dann schon darauf achtet, dass man entindividualisiert die Gesichter verpixelt und die vollen Namen nicht nennt, ist ein großer Fortschritt und kann spätere Taten verhindern. Sagt der Diplom-Psychologe Jens Hoffmann im ZDF-Heute-Journal. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Gerne.